Ich glaube, jetzt kommen wir überall rein. Ich glaube, das war das letzte Upgrade für das Ding. Oh, Vorsicht. Da müssen wir lang, ne? Die sind beide aktiviert. Warte mal, haben wir hier noch irgendwo? Warte, was ist das? Ne, das kann man nicht nehmen. Was ist denn das? Ich hänge hier am Tisch fest, verdammt nochmal. Haben wir nicht noch irgendwo? Da ist eine Karte. Warte, 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 warte. Wie kommen wir an die Karte ran? Ja, da mit. Hier ist nichts mehr. Schrott brauchen wir nicht. Munition für Bolzen? Was stand da für Bolzenschneider? Was habe ich denn jetzt? Achso, den Revolver habe ich ja gar nicht. Verdammter Mist, Elektroschocker. Ne, da müssen wir ohne vorbei. Was ist das hier? Ach, da geht es um die Ecke, das wollen wir nicht. So, pass auf, dann latsche ich einfach mal hier so vorbei und dann warten wir, bis die Kamera zur Seite schwenkt. Kann ich die nicht einfach ausschalten? So, genau richtig. Und jetzt? Seht da, so geht das. Sieht okay aus. Wo müssen wir hin? Nach links sicherlich nicht, aber vielleicht liegt hier irgendwas rum. Oder auch nicht. Okay, dann hier lang. Was ist das? Nichts. Und was ist das? Das ist zu. Super. Aber was denn jetzt? Achso, warte mal. Da ist es doch hier. Da können wir uns durchschneiden. Komm. Mit dem neuen Ionenschneider. Da kommt's. Oh, der frisst sich ja da durch wie... Als gäbe es kein Morgen. Guckt euch das mal an hier. Schwupp. Es mag Einbildung sein, aber ich glaube, es geht schneller, oder? Komm, Ripley, mach mal hier mal hin. Die 100 Kilo, die das Ding wiegen mag. Licht an. Erste Aktion. Licht an. Überall rumpelt es die ganze Zeit. Ach, ein Speicherpunkt. Ich danke euch. Nein! Nein, keine lokalen Syntheten. Bitte. Bitte. Ich will keine lokalen Syntheten. Ich will überhaupt keine Syntheten. Weder lokal noch allokal. Hahaha. Witzig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist schon einer. Ähm. Wo müssen wir denn hin? Wir geben sich zum Reaktor immer noch, ne? Ich bin dem Reaktor auch kein Stück näher gekommen. Bin im Kreis gelaufen. Achso, wir sind hier lang, hier lang, hier lang, hier lang und jetzt gehen wir hier lang, 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 hier lang. Das ist ja gar nicht weit. Das ist ja kein Stück weit, Freunde. Ist das da ein Synthet oder was ist das? Ich glaube, ja. Wir müssen aber auf die andere Seite, da rüber müssen wir. Was macht er da? Jetzt bewegt er sich. Jetzt bewegt er sich. Wohin ist die Frage? Ich muss da rüber, also da hin. Junge, wo gehst du hin? Genau. Ruhe. Die Tür ist zu. Warum ist die Tür zu? Weil sie es kann. Darf ich hier dieses, ist das ein Raumschiff? Darf ich dieses Raumschiff benutzen? Warum ist die Tür zu? Wo ist er denn jetzt? Sieht ihn noch wer? Da ist eine. Pst. 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 Pst, 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 pst. Pst. Strom wiederherstellen. Wo? Wo stellen wir hier den Strom wiederher? Da hinten, ne? Ich sehe es schon. Apollo und der Emi-Android. Na? Nein. Jetzt kommt er bestimmt hier um die Ecke. Geh nach Hause. Kleiner Racker. Wie er mich ärgert. Wie er mich trollen will. Pst. Pst, 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 pst. Leise. Leise. Wo war denn das jetzt? Hier in der Ecke, ne? Bitte, danke. Komm, mach. Strom an. Und Kopf runter. Kopf runter, Ripley. Wo ist denn der jetzt? Super. Jetzt kommt er nämlich angeschissen. Bleibt stehen. Ich hab'n Schocker, mein Freund. Bin zwar zu blöd, den zu benutzen, aber ich hab' einen. Was ist denn der? Ich seh' den nicht. Risiko. Komm. Einfach mal mitten durchs Licht rennen hier. Pst, pst, leise. Da hinten ist er, da ist er gut aufgehoben. Komm, 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 komm. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich hab'n doch angemacht. Ist ja noch einer. Ich bin kurz davor, den einfach umzuholzen. Da, 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 da. Hat mich nicht gesehen, oder? Irgendwo. Irgendwo muss hier noch einer sein. Oder die Tür ist jetzt offen. Ah, das hab' ich doch gewusst, ja. Brützel. Ich hab' doch, ich hab' doch. Na, bitte. Pam, 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 pam. Verdammt, doch Mist. Warum nicht gleich so? Blödes Stück. So, Pumpgun-Munition. Wie cool, dass ich keine habe. So, kannst mal nachladen. Wie lädt man denn den nach? Bin echt zu blöd dafür. Egal, ist die Tür jetzt offen? Nee, die ist jetzt nicht offen. Hier muss noch irgendwo so'n... Den haben wir eingeschaltet. Und hier in der Ecke ist ja auch noch einer. Nee. Wie geht denn das hier? Einer ist an. Einer ist an. Was haben wir hier hinterm Gabelstapler? Gabelt hier noch irgendwas rum? Nee. Da, warte mal. Was ist das denn? Ich sehe es. Ich sehe es. Tja. Hätten wir das vorher mal gesehen. Komm. Und anschalten. Hau ruck. Huah. So. Und jetzt müsste hier alles... Die Tür ist wahrscheinlich immer noch zu. Aber... 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 Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich jetzt hier ran musste. Ist hier jetzt zu? Da kommen wir immer noch nicht ran. Sag mal. Der ist an. Das verwirrt mich hier total. Ist hier noch irgendwas? Nee. Muss irgendwas übersehen haben. Das ist doch alles... Es ist alles an. Es ist alles so, wie es sein soll. Er chillt hier am Block. Und da können wir nicht drauf zugreifen. Wo ist das letzte Teil? Hilfe! Irgendwo muss noch was sein. Kann ja mal den gelben Kabeln nachgehen. Den haben wir schon, oder? Ja. Den haben wir schon. Dann haben wir hier noch ein gelbes Kabel. Haben wir auch schon. Nee. Den haben wir noch nicht. Den habe ich nur übersehen, weil er grün war. Meine Güte. So. Jetzt aber. Jawoll. Komm. Nochmal. Und nochmal. Was habe ich jetzt aktiviert? Jetzt hebt er das Ding rauf. Aber wozu? Ah. Dazu. Dann mal schnell da rein. Bevor hier noch irgendwer... ...hinein! Ich muss mal kurz gucken, wo wir sind. Ah, das sieht gut aus, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, die ganze Station... ...bricht gleich über mir zusammen. Wie viele Batterien habe ich noch? Ich glaube vier. So, komm. Da ist eine Leiter. Machen wir vorsichtshalber das Licht aus. Wer weiß, wer da oben wartet. Ah. Wo zum Teufel... Ah, okay. Hier sind wir. Das heißt, jetzt geht es hier lang, hier lang, hier lang. Okay. Aber was ist das hier? Ach so, das ist die verschlossene Tür, durch die ich nicht hätte gehen können. Ich glaube, wir können hier einfach mal uns den Luxus erlauben zu gehen. Oh, Spiel speichern. Danke. 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 Ganz ehrlich, das ist gerade so spannend. Ich müsste eigentlich aufhören, glaube ich. Aber ich will nicht aufhören. Da war doch gerade wer. Wie sieht es mit dem Elektroschocker aus? Da kommt doch wieder wer an Schisse. So, hier. Wir können eigentlich nur gerade ausgehen. Öffnen Sie das Gitter. Aha. Das da hinten oder welches? Ich glaube, ja. Hat der das gerade zugemacht oder habe ich mich gedeutscht? Psst. Ruhe. Ich gucke nur, ob hier noch irgendwas ist. Hallo. Robi Roboter. Munition für was? Bolzenschneider? Ich lese immer auf. Ich melde mich gleich beim nächstgelegenen Syntheten. Ach ne, Gummimann. Der Gummimann. Nein. Der Gummimann. Der Gummimann mit dem Gummianzug. Ich mag die nicht. Ich mag die nicht. Was soll man da machen? Öffnen Sie das Gitter. Mach die Flatter. Guck nicht so. Bist hässlich. Habe ich einen Geräuschemacher? Rauchgranate. Ah, nein. Ich gebe dir gleich Unfälle. Haben wir hier irgendwo eine Möglichkeit, irgendwo reinzugehen? Wir hatten doch hier, warte mal, wir hatten doch hier einen Dingsbums. Einen Dingsbums hatten wir. Einen Dingsbums. Wo war denn der Dingsbums? Ach, der war hier. Da, da ist der Dingsbums. Komm rein hier. Und weg ist er. So, ähm, was ist denn mit dem Geräuschemacher? Warum können wir uns denn keine mehr bauen? Ach so, da oben sind die jetzt. Äh, mein Problem ist jetzt, dass er natürlich... ...absolut unkaputt war ist, ne? Da kommt er. Und? Und? Ja, 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 ja. Ich bin ja gar nicht da. Kannst du da draußen rumgammeln, so viele du willst. Hahaha. So, wo geht er jetzt hin? Hallo? Da, da stehst du gut. Gehst du auch wieder weg da? Monsieur Rotauge? Ist mir egal, ich renne trotzdem. So, noch einen. Und dann müssen wir da... Nein, wieso nicht? Jetzt ist gut, krieg dich wieder ein. Das ist ja furchtbar. So. Ich renne nicht. Tada! Haha, vorbei! Na, hör auf mir an zu krabschen. Ich werde überhaupt nicht hysterisch. Du wirst hysterisch. So. Der Dead Deadle, der kann man den irgendwie loswerden? Den Knirch? So, komm, 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 komm. Ich würde dir ja gerne die Tür zumachen. Was soll man hier machen? Irgendwas, irgendwas. Nein. Wollte ich gar nicht. Da, da, da bestimmt. Ich wette hier. Komm, mach mal. Nein, was ist das denn? Das könnte echten Schaden anrichten. Oh, oh. Jetzt komm. Jetzt komm, mein Freund. Aha. Ho, 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 ho. Wo ist er? Den, 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 den. Was ist das überhaupt? Ein Bolzenschneider. So, komm mal her, mein Freund. Ich möchte mal gucken, ob man da mit dir mal vielleicht mal so... Ich krieg's jetzt ein neues Piercing hier. Alter, das hat überhaupt keine Auswirkung. Hast du das gesehen? Lass mich in Ruhe. Ich drück ja schon. Der, der hat überhaupt keine Auswirkung auf den. Was ist das für ein blödes Gerät? Lad den mal nach. Ja, nimm das. Das Ding funktioniert nicht. Na, bitte. Man muss ihn erst aufladen. Alles klar. Ähm. Äh, können wir nachladen. So, pass auf. Fleck und die Bedienung von Waffen. Jetzt laufen wir beide mal ein bisschen hier um den Tisch rum. Ah, okay. Hab ein neues Spielzeug gefunden. Ähm, hat lange gedauert, aber... Wir wissen jetzt, wie der Bolzenschießer funktioniert. Wie viel haben wir davon noch? Zwei. Einen können wir noch ausschalten. Vielleicht, wenn wir ihn in die Birne treffen, sogar etwas besser. Warte mal, ich guck mal kurz, ob da irgendwas rumlag. Mach das mal aus, ja. Das ist ja... Bolzenschussgerät. Man muss das echt aufladen. Man muss das Ding gedrückt halten. So, Munition für... Oh, ja. Oh, ja. So, jetzt haben wir vier Schuss dafür. Zwei Androiden. Jetzt können wir hier drauf zugreifen. Privat. Code für Gitter. 6832. Merken. 6832. Stromversorgung. Äh, unsere Reaktorwarnung. Ich erhalte Berichte von partiellen Stromausfällen überall auf der Station. Mhm. Können Sie da unten vollständig ein System stecken? Mach ich gleich. Ähm. Flores, wenn Sie das hier lesen, warten Sie an einem sicheren Ort. Ich komme zu Ihnen runter. Wir müssen zusammenhalten. Sanders ist tot. Mindestens vier weitere Ingenieure fehlen. Naja, die Androiden laufen da amok. Mhm. Okay. Ordner fehlerhaft. Oh, 6... Was war das? 6832, ne? Warte mal. 6832, ja. Äh, 6832. Na bitte. Seht ihr, alles halb so wild. So, jetzt mit meinem neuen Freund, Mr. Bolzen Schussgerät. Ich muss nur aufpassen, wir müssen ja nicht alles verballern, was wir hier haben. Ich nehme erstmal den Schocker. Falls zwar jemand von der, von der un... Unbegummiten Sorte treffen. Reaktor-Access. Okay. Jemand da? Nö. So, das sieht gut aus. Hier rein da. Speicherpunkt? Wäre cool. Aber wir sind immer noch lange nicht da, ne? Ne. Ist noch ein großes Stückchen. Das gefällt mir hier nicht. Gefällt mir hier ganz und gar nicht gerade. Was ist das da? Darf ich denn das Schweißgerät und die Maske haben, bitte? Aufzug rufen. So, jetzt kommt ein Android, pass auf. Nee. Komm schon, Aufzug. Ey, wir sind hier im, 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 im 22. Jahrhundert. Danke. So, und raus hier. Riccardo, waren Sie jemals im Reaktor? Habt ihr Tumor nie gemacht? Ich hab in einem mein Training absolviert. Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Ist das jetzt gut oder schlicht? Na, fängt schon an. Fängt schon an. Okay, der ist hinterm Gitter. Alles okay. Was liegt da? Will das haben? Bolzenschussgerät. Danke. Sind das hier Bowlingkugeln? Ach, ne. Flaschen. Okay, da kommen wir nicht weiter. Da haben wir... Oh, nochmal Bolzenschussgerät. Ähm, wo ist es denn jetzt? Der Bolzenschießer? Ja, sechs Schuss habe ich zur Verfügung. Es ist nicht viel, aber es muss reichen. Jetzt mal kurz gucken. Ja. Alles klar. Da, da fühlt man sich gleich wieder sicherer. Oh, eine Sch... Die Schrotflinte. Die Schrotflinte. Und eine Pistole. Ha, ha, ha. Ich bin so glücklich. Ha, okay. Ähm, sechs Schuss für den Revolver. Fünfzehn für die Shotgun. Es kann... Es kann nichts mehr schief gehen, Freunde. Einfach mal... Alles mal kurz nachladen. Ho, ho, ho. Meine Waffen. Ich habe meine Waffen wieder. Oh. Aber da noch Auswahlskarte nehmen wir auch mit. So. Auf da. Oh, Freunde. Wir sind wieder bewaffnet. Was war denn das? War sehr abrupter Aufstieg. Okay. Jetzt mal hier speichern. Wir sind wieder bewaffnet. Es kann... Es kann nur noch besser werden. Ich hätte gerne den Flammenwerfer bitte noch, aber das ist ein anderes Thema. Oh ja. Wo ist ein Schussgerät? Munition. Es ist bestimmt total harmlos, dass wir jetzt bewaffnet werden bis an die Zähne. Bestimmt total harmlos. Wo sind wir überhaupt? Aha. Ich frage mich, was das heißt, dass hier grün, die Anzeige grün ist. Oh, was ist denn hier los? Holla, die Waldfee. Ich bin oben auf dem Reaktorkern, Ricardo. Sehen Sie schon was? Nichts. Ein paar Androiden, Kernsteuerungssysteme, das Übliche. Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen müssen. Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein. Da ist es Bahn. Steigen Sie zur Basis des Reaktors hinab. Ach, du ahnst es ja nicht. Okay. Ich meine, es sieht toll aus, aber... Jetzt ist die Frage, was sind das für Androiden? Kann ich hier schon runterspringen? Oh, also es hat schon was episches, ne? Dieser Reaktor. Komm, ich darf noch nicht raus. Jetzt darf ich raus. Wo hat die denn Androiden gesehen? Ich sehe gerade keine. Ist das da hinten eine Speicherstation? Ich glaube, ja. Ne, ist einfach nur ein Knopf. Der nicht weiter nach unten führt. Sag mal, was ist denn das hier? Das Ding ist ja so kaputt. Wie viele Androiden hat es hier? Ich nehme mir mal das Zeug hier mit, ja? Munition, Munition, so. Wo ist denn das Bolzenschussgerät? Komm, wir nehmen gleich den Bolzenschießer hier, oder? Der Pumpgun dürfte auch einiges. Da ist nämlich... Es sind alles Gummianzüge, oder? Bist du ein Gummianzug? Ja, du bist ein Gummianzug. Ich versuche mal einen Kopfschuss. Super! Das hat ja super geklappt. Der Kopfschuss. Haha. Okay, wir lassen das mit dem Kopfschuss. Zeng! Und komm, noch einen. Wie viel haben wir davon? Jetzt nicht mehr allzu viele. Bam! Und Schuss. So, da kommt der Nächste. Hast du was dabei? Schrottkomponente. Hulo, duotriss. Ich mach jetzt hier aufs Stad. Es ist mir vollkommen egal, meine Freunde. Ich würde ja gerne mal in die Ommel schießen. Ah, okay. Es hat ihn ein bisschen aufgehalten. Wie viel haben wir davon? Zang! Da hat es den Zweiten erwischt. So, da kommt nämlich der Dritte und der Vierte. Das ist ja super. So. Komm, lad mal nach. Einen kriegst du noch. Einen kriegst du noch. Ey! Ey, das war ein Treffer. Nein, das war ein Treffer. Du bist tot. Ich hab dich ganz genau getroffen. So, lad mal durch, ja? Nein. Wer ist denn jetzt der Angeknackte? Ich hab den doch... Oh, shit. Ich glaub, ich hab daneben geschossen. Kann das sein? Ah, verdammt. Äh, Pumpgun. Okay. Vielleicht sind die da. Nein, sind sie nicht. Ich dachte, sie wären immun. Aber sie sind es nicht. Lad nach. Ah! Ah, jetzt klappst du mich schon wieder an. Das ist los. Das ist überhaupt nicht zwecklos. Ich laufe nochmal weiter, ja? Lad mal nach. Und, äh, ein letztes Mal. Komm. Bitte sehr. Boah. Der hatte Flammenwerfer-Munition dabei. Wie sieht's mit dem aus? Komm, hau dir mal eine Spritze rein. Okay, wenn jetzt nicht weitere kommen, dann ist okay. Aber... Ich glaube, darauf können wir nicht setzen. Wir hatten der Bolzenschein... Äh, der Bolzenschießer. Shooter. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin jetzt gerade ein bisschen angespannt. So, was müssen wir hier machen? Nix. Sehr schön. Ich glaube, das mit dem Schleichen können wir uns hier sparen. Was ist das hier? Ah, nix. Was müssen wir überhaupt machen? Steigen sie zur Basis. Ach so, wir sollen den Reaktor... Wir sollen da gar nix machen an dem Reaktor. Gibt es hier nicht irgendetwas, was man hier einsacken könnte? Geh mal hier lang. Oh, da, 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 da. Wahrscheinlich auf der anderen Seite auch noch, ne? Hier noch was? Ne. Da ist auch nix mehr. Da ist auch nix mehr. Ich guck mal hier noch, ob hier noch was liegt. Wir dürfen nichts verschwinden. Tut aber nicht. Super. Okay. Einmal umsonst. Ja, ist ja gut jetzt, ja. Hier? Ne, da auch nicht. Okay, dann... Was habe ich gerade als Bewaffnung? Ein Schuss im Bolzenschussgerät. Oh, geschafft. Und noch weiter runter. Sag mal... Wie weit runter wollen wir denn, Freunde? So, dann bin ich mal gespannt, wo uns das Ding jetzt abgesetzt hat. Der Fahrstuhl. Oh nein, bitte nicht. Du Scheiße. Ähm. Seht ihr, was ich sehe? Oh shit. Oh shit. Shit. Was habe ich gesagt? Das Viech hat irgendetwas. Das hat doch die ganzen Leute nicht umsonst eingesammelt. Ah, gib mir den Flammserfer. Gib mir das alles. Oh Gott. Okay, ich glaube, wir haben das Nest gefunden. Sie sind alle hier. Wer? Alle, die verschwunden sind. Alle. Die sind alle in einer Art Nest gefangen. Das sind Eier. Das ist eine Farm. Shit. Sie müssen verschwinden. Sofort. Vernichten sie das Nest. Ich muss den Strom für die Plattform an den Leitern hier unten wieder herstellen. Okay. Ach, du ahnst es nicht. So, Flammenwerfer. Nachladen. Überladen sie den Alpha-Kern. Da seht ihr es. Die wurden alle eingesponnen und werden natürlich als Brutwirte benutzt. Und da sind die Eier. Na, ich kriege die Krise. Die erste Aktion, die ich mache, ist speichern. Ich lasse den Flammenwerfer nicht mehr los. Den lasse ich jetzt die ganze Zeit im Anschlag. Eier, Eier. Wohin das? So, guck. Bist du? Ja, du bist leer. Ja, okay. Boah, speichern. Freunde, und jetzt kommt der Cliffhanger des Jahres. Hahaha. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Oh Gott. Und ich hoffe, es ist hier noch kein ausgewachsenes Alien am Rumpeton. Hahaha. Bis dann denn. Euer Mr. Flagg aus dem Alien-Hive. Tschüssi. Ciao. Tschüssi. Tschüssi. scheWe兩個. T Earthigung. Vielen Dank.